So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Und letztes Mal haben wir ganz schön gestruggelt und dabei neue Missionen freigeschaltet. Wir haben jetzt noch mehr Element-Missionen, die sich so kombinieren. Hier, Spezialtraining, Feuer und Blitz und da würde ich jetzt auch einfach direkt mal reingehen und schauen, was einen da erwartet. Einfach mal probieren, ne? Einfach mal probieren und sich komplett verprügeln lassen. Ich finde, das ist eine super Idee. Stufentechnisch sind jetzt halt die alle wahnsinnig hinten her. Also da wären die fast stärker, aber ich meine, ich spiele sie nicht, aber ich setze ihn als Zweitcharakter ein. Ich kann den ja dann indirekt sozusagen steuern lassen. Aber wir gucken einfach mal, was uns erwartet. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, aber wir gucken mal. Ich meine, kommen jetzt zwei Ganonflüche am Schluss? Oder was passiert hier? Ich will es nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Ach, und ich habe es vergessen. Nein, ich wollte, bevor wir hier reingehen, bevor wir hier reingehen, wollte ich die erste Mission nochmal spielen und dabei hoffen, dass sich mein, ja, meine Item, meine Heil-Items auffüllen. Ach, das war es komplett. Naja, mal gucken. Vielleicht können wir ja was reißen. Auch ohne Heil-Items. Ich glaube es zwar nicht, aber hey. Erstmal A aufladen. Ich frage mich gerade, wer der blaue Pfeil da unten ist. Ach, hä? Oh. Ich glaube, ich habe ein Problem. Wahrscheinlich muss man den einen Teil mit dem einen bekämpfen und den anderen Teil mit dem anderen. Ah, Schande. Na, wir sind gespannt. Aber wenn ich die Zeit habe, vielleicht schaffe ich es zeitlich, dann würde ich natürlich noch runterrennen. Aber das wird, oh, das wird kritisch. Ja, das wird, oh, das wird... Ja, nice. Das hat mich auch... Das hat ein Heil-Item gegeben. Sehr gut. Genau sowas brauchen wir. Genau sowas brauchen wir. Na ja, mehr Heil-Items. Okay, die laden sich auch hier auf. Die laden sich auch hier auf. Optimal. Ah, muss ich gar nicht in die erste Mission zurück, wenn sie sich auch hier aufladen. Sehr schön. Passt. Mach dich weg. Und tschüss. Hä? Achso, es war der andere. Ah, ich wollte schon sagen. Wie viel hält der denn aus? Weil das wären wir neu gewesen, wenn der plötzlich so viel aushält, ne? Und wir haben in der letzten Folge, haben wir ja mit Teba ganz viel Feuermagie verschwendet. Insofern ist das sehr gut, wenn wir jetzt wieder die Feuermagie aufladen. Passt. Auf jeden Fall. Ist schon wieder voll. Okay, ist schon wieder voll. Sehr gut. Die Frage ist, muss ich hier alle besiegen? Weil da 200 steht. Muss ich wirklich alle besiegen? Sind es genau 200? Dann wäre es blöd, so wie ich das gerade mache. Ah ja. Chillt mal eure Basis. Kommt hier oben Läune? Kommt hier überhaupt irgendwas? Ja, erst essen. Essen kommt. Okay, hier kommt gar nichts mehr. Scheiße, dann muss ich die anderen, dann sind die da unten. Ach, dumm. Dann muss ich wirklich alle besiegen. Ja, das ist nicht so gut. Sind da oben welche? Nein. Das ist jetzt gar nicht gut. Oder zählt der Teil bei Sidon mit dazu? Ja, natürlich. Ich muss wechseln. Äh. Ja, die zählen zu den 200 dazu. Ich bin komplett bescheuert. Ich bin komplett bescheuert. Die zählen dazu. Ich dachte, Feuer 200 und dann hier Blitz 200. Das war dumm. Aber dann bin ich froh, dass ich Sidon mitgenommen habe. Der ist dann zumindest recht stark, was die Mission angeht. Und in der Zweit schaue ich zu, dass Link hier runterkommt. Vielleicht kriege ich Link schnell genug hier hin und kann dann Link übernehmen. beeil dich, Kollege. Und damit haben wir auch wieder Blitzmagie zurückbekommen. Sehr gut. Die Mission ist auch gut zum Auffüllen gerade. Da brauche ich gar nicht die erste Mission nochmal spielen. Das ist sehr, sehr gut. Aber das habe ich noch nie so wirklich registriert, dass das knapp werden kann mit den Heil-Items. Das haben wir noch nie gespürt, sozusagen. Diese Knappheit. Und weg mit euch. sehr schön. Ich siege die Truppen des Feuer-Hinox, okay. Ah, Moment, Stopp. Jetzt ist da oben einer aufgetaucht und da. Äh, Link. Link, du gehst da hin. Link. Link, du gehst... Achso. So musste ich das machen. Verstanden. Sehr schön. Nice. Stufe erhöht und damit habe ich zweimal A zur Verfügung. Das war nicht, was ich wollte. Ins Gesicht. Und da haben wir... Fast die Heil-Items voll. Fast die Heil-Items voll. Sehr nice. Naja, fast nix, ne? Erstmal den hier. Dann den hier. Oh, wo ich fähig bin. Keine Gnade. Mach mich bereit. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Gut, das war's hier. Das war's auf der Seite. Zurück zu Link. Der hier sich schon, äh... Ein bisschen bedient hat. Und den jetzt ganz einfach wegsnackt. Gar kein Problem. Wenn er mal das Auge treffen würde. Na bitte. Yay! Zack! Und dann noch einmal A hinterher. Und das war's. Okay. Das sind die gemischten Missionen. Das läuft ja gut. Die gemischten Missionen sind einfacher als die schweren Missionen. Das finde ich schon mal super. Ich habe echt befürchtet, am Ende muss ich gegen beide Flüche kämpfen. Das war meine Befürchtung. Genauso hätte es kommen können. Oder gegen zwei Läunen. Hätte auch schon gereicht. Aber so war das ja easy going. Dann machen wir doch gleich die anderen auch noch schnell. Das kommt noch. Es kommt sicherlich noch eine Mission, wo man am Ende gegen alle vier Flüche oder so kämpfen muss. Dann, oh Gott. Ich habe jetzt schon keinen Bock auf sowas. Oh jeje. Das kommt hundertprozentig. Kommt sowas. Warum sollten sie sowas nicht machen? Ne? Am besten gegen alle vier Flüche gleichzeitig auch noch oder so. Ich beschwöre es jetzt einfach komplett herauf. Haben wir jetzt Feuer? Immer noch nicht. Das gibt es noch nicht. Wir kriegen dieses Ding einfach nicht. Ah, okay. Kann ich irgendwas kurz zwischenzeitlich machen, bevor wir eine neue Mission angehen? Nö. Dann Feuer und Eis. Wir können eigentlich bei den Kollegen hier bleiben, ne? Wir können bei den Kollegen bleiben. Passt. Sidon ist noch der, mit dem ich am ehesten zurechtkomme von den neun. Aber die anderen drei, uff. Da komme ich überhaupt nicht klar auf die. Da komme ich überhaupt nicht klar. Dieses Gewarte, das macht mich immer so müde. Und dann, ah. Und übrigens, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese, diese Menümusik, wenn man auf der Karte ist, die macht auch richtig müde. Wenn man halt eh schon so halb immer am müde werden ist, ne? Dann macht es nochmal richtig müde. So. Okay, ich weiß jetzt halt nicht, wo wer ist. Ich würde gerne, doch, ich glaube, ich kann es abschätzen. Ich würde gerne Sidon in die Feuerregion schicken. Und Link geht in die Eisregion. Ja, man, ja, hier sieht man es ja auch eindeutig. Boah, Sidon ist einfach schon weg. Ja, nice. Feuerflederbeißflügel. Genau, die suche ich ja. Deswegen mache ich das kurz hier nämlich bewusst kaputt. Gib mir noch einen. Schade. Hätte das sein können. Okay. Die Truppen des Eisleunen. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Leunen vor uns. Aber dann geht Sidon zum Feuer, Hinox. Und ich gehe zum Eisleunen. Das passt doch gut. Das kriegen wir hin. Und nach Akala müssen wir sowieso gleich wieder. Also in der neuen Story-Mission müssen wir wieder nach Akala, ne? Das ist ja die Akala-Mission hier. Da bin ich schon sehr gespannt, wie es da weitergehen wird. So macht man das! So ist es. Nice. Und unser Zauberstab ist mittlerweile wieder, äh, ne? Ja, ist voll. Sehr gut. Da brauche ich nämlich mich um den Typen gar nicht kümmern. Das war nämlich das, was ich gerade nachschauen wollte. Ob ich jetzt da irgendwas beachten muss. Wait, wie komme ich denn da hin? Muss ich jetzt erst... Oh, ich muss... Ah, ich muss den Pyromagus wahrscheinlich besiegen. Okay. Dachte, der ist optional. Aber gut, das ist ja auch schnell erledigt. Ui, baps. Aber ich habe noch kein Eins von Zwei. Ich habe noch kein Eins von Zwei. Äh, wir kommen jetzt da oben durch. Ach, jetzt ist offen. Ah, I see. Da ist er. Ach, geh doch weg mit deiner Batterieleistung. Jetzt nehme ich gerade... Ich fange gerade an aufzunehmen und jetzt kommst du denn mit Batterieleistung. Ich wollte jetzt... Ach, Mensch. Da hat... Will man sich mal Zeit nehmen zum Aufnehmen und dann kommt er mit der Batterieleistung an hier. Leckt mich doch fett. Das war nicht so gut. Ah, Mann. Wieso rennt er denn immer nicht da rein? Oh, ich dachte, ich treffe ihn. Jetzt aber. Sehr schön. Ab dafür. Und jetzt gleich ein A hinterher. Zack. Ah, zu langsam. Ah, Mann. Ah, ich hätte ja... Okay. Ist egal. Weg mit dir. So, wir wechseln zu Sidon. Der hat sich ein bisschen in der... Ja, das ist ein toller Start auf jeden Fall hier. Mitten in der Ecke. Hier starte ich doch sehr gerne. Ja. Toll, Sidon. Kannst du die nicht auch erledigen auf dem Weg dahin? Was hast du getan bisher? Ja. Nix hast du bisher gemacht. Au. Ja, doch. Eher schon. Ab dafür. So, das war die Richtung. Jetzt muss ich den Magus-Til auch wieder erledigen. Oh, mein Gott. Alter. Wieso hat der jetzt nicht... Jetzt. Zack. Und ab zum Hinox. Aber vielleicht noch Energie irgendwo herausholen? Ja, nice, nice, nice. Mehr Energiekisten irgendwo. Yes. Oh. Flederflügel... Flügelfiecher. Gib mir was. Gib mir was. Scheiße. Na gut. Aber er ist halt echt nicht weit gekommen. Ich meine, hier ist der Gang. Wow. Wow, Sidon. Ich schicke dich zu dem Hinox. Und du lässt dich da einfach aufhalten und machst nichts. Wozu habe ich dich überhaupt hingeschickt? Hätte ich dich auch in der Halle lassen können und selber spielen. So. Ja, mehr davon. Mehr davon. Gib mir Flügel. Gib mir Flügel. Yes. Yes. Oh, wir werden nach dieser Mission endlich das Upgrade machen können von der Lanze. Juhu. Lanzen setzt er ja auch ein. Insofern dürfte das eigentlich gut sein. So. Sehr nice. Sehr nice. Das war nicht so nice Nice Ich hab halt leider nur mit links so ein richtig geiles Item, um ihm ins Auge zu schießen Bei den anderen geht das allerdings immer nicht Das A hebe ich mir mal noch auf Nice Solange ich nämlich den Attackenhagel immer schön rausbekomme, läuft die Geschichte auch Aber für den Fall, dass hier gleich noch ein Leune auftauchen sollte, lieber Link Komm mal hierher Danke Da hab ich nämlich nicht so Lust mit Sidon gegenzukämpfen So, weg mit dir Die Frage ist, war es das oder kommt noch was? Okay, das war's Nice Sehr nice Uff Großes Uff Ganz großes Uff Okay So Damit haben wir die Mission auch weg Eine von den Doppel-Elementar-Missionen haben wir noch Und zwar hier, oder? Ne, hier Ah, doch da Spezialtraining Eis und Blitz Und hier ist Der Test von Links Stärke Ich glaub, da kommen wir noch nicht dazu in dem Part Wir machen jetzt erstmal hier noch diese Doppel-Elementar-Mission Eis und Blitz Aber es bleibt halt dabei, dass Sidon aktuell mein zweitstärkster Charakter ist Ne? Dabei bleibt's halt einfach Die anderen sind leider zu schwach Wobei der halt stärkere Waffen haben Ich weiß nicht, ob das das dann weg macht Soll ich's mal Soll ich's einfach mal mit Mit Impa probieren? Impa ist halt auch echt gut eigentlich Was kann schon schief gehen? Königliche Beraterin Impa? Bereit! Was kann schon schief gehen? Wir probieren's mal mit Impa Ah ja, was schief gehen kann, ist, dass meine Batterie komplett in den Abflug macht Ah, dann kann ich wieder nicht viele Parts aufnehmen Dann hab ich wieder nur ganz wenige Parts Ach, es ist doch zum Kübeln Ich wollte endlich mal ein bisschen im Voraus aufnehmen War wieder nix Scheiß Batterie So, wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-was ist das denn? Das ist anders Als ich gedacht habe Wir sind da oben Okay, Blitzleune Da schicken wir ein paar nicht hin Blitzmoblin Eis 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 Eishinox, okay Ach, ganz ehrlich Wir haben genug Zeit Zehn Minuten In zehn Minuten haben wir das alles abgelaufen Mit Link So, weg mit dir Da ist der Eis Eishinox Die Truppen des Blabla hat sich mit den Ja, sollen sie halt Stört mich net Ja, können sie doch Was interessiert mich, ob die sie zusammenschließen Who cares Weg mit dir Ja Ja, ist doch okay Können sie doch Dann greifst du halt zu zweit an Hab ich kein Problem mit So, weg mit euch Kinox ist down Die paar Moblins sind übrig So, weg mit dir Und du bist auch noch da Okay, weg mit dir Zack Sehr schön Prima Jetzt auf die Karte Genau, jetzt haben wir nämlich nur noch die da drüben Und da laufe ich jetzt einfach mal ganz fix hin Ähm So Und spiel mit Impa weiter Bis Link hier ist Spielen wir mit Impa weiter Das sollte funktionieren Oh Eis Was ist das? Ach, schade. Und ab dafür. Ja, genau. So, damit hat sie ihr Level ab und kann zum Eishinox laufen, äh, zum Blitzinox laufen. Ach, Quatsch, Blitzleune laufen. Ist zwar jetzt nicht das, wo ich unbedingt hin will, aber hey, was soll's, ne? Link ist ja auch gleich da. Und bis Link da ist, machen wir halt schon mal ein bisschen was mit den Blitzleunen. Ist Link gleich da? Ja. Ja. Ja, nice. Das war nicht so nice. Habt ihr schon mitbekommen, dass die Batterieleistung langsam leer wird? Ich nicht. Also mir wär's nicht aufgefallen. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Aus meinem Weg. Ich bin dafür, dass Impa den jetzt noch alleine erledigt. Das schafft sie schon. So viel fehlt da jetzt ja auch nicht. Ach man, dass ich das nicht rechtzeitig schaffe. Jetzt hab ich kein Dings mehr gerade. Ja, super. Und er kriegt noch ihn hier. Und das war's. Easy. Gut. Prima. Sehr schön. Fantastisch. Okay. Machen wir noch kurz Upgrades, die jetzt möglich sind auf dem Feld. Und dann beenden wir den Part. Dann haben wir drei Doppel-Element-Missionen in dem Part gemacht. Das ist doch okay. Ah, jetzt kommen nämlich neue dazu. Das hab ich mir schon so gedacht. Feuer-Eis-Blitz. Mhm. Dreifach-Kombination. Diesmal auch nur mit einem einzigen. Also da kann ich nur damit Link alleine durchrennen. So, hier ist meine... Die Geschichte. Sollen wir noch? Ganz ehrlich. Oh, nice. Der nächste... Der nächste... Das nächste Gebiet wird erweitert. Ich würde gerade tatsächlich sagen... Äh, wo ist es denn? Ich würde gerade tatsächlich sagen... Wir gehen hier noch fix durch. Ne? Warum nicht? Es ist eh nur mit Link. Das heißt, es kann jetzt nicht sonderlich kompliziert sein, da irgendwie durchzulaufen. Einfach durchrennen. Alles niedermetzeln. Läuft. Wird super. Machen wir noch. Machen wir noch. Nehmen wir einfach noch mit, dann haben wir ganz viele Element-Missionen in dem Part gemacht. Sollte es knapp werden, habe ich ja meine Magie auch wieder voll aufgeladen. Es kann eigentlich nicht schief gehen. Und in 10 Minuten ist die Mission eh durch. Also, wie gesagt, was soll so ein Schiefgehen, ne? Ey, ein Hinox. Hinox. Moin. Na? Wie gefällt dir das? Das war die falsche Taste. Das ist immer sehr ärgerlich, wenn man die falsche Taste drückt. So, weg mit dir. Zack. Ach, ist er jetzt hier auch noch aufgetaucht gleich. Okay. Ich seh halt nix. So, weg mit dir. Da? Ja. Entfernen. Schade, zu langsam. Zack! Aua! Hui! Wusch! So, ich bin gleich wieder bei dir, mein Freund. Oh, ja, das machen wir schnell. Ich hab ihn nicht getroffen, ne? Ah, ärgerlich. So, ich wollte aber nur ganz fix einmal meinen A wieder aufladen. Und hier sind noch so viele Gegner drin, da hab ich mir gedacht, hey, das machen wir mal eben schnell. Aua! Ja, ist ja gut jetzt. Machen wir keine Faxen hier. Oh, tschüss. Und tschüss. Tschüss. So, machen wir hier kurz wieder ein bisschen Aufladeaktion. So, da sind ja noch ein paar Viecher da. Okay. Und dann, äh, müssen wir noch zu dem anderen jetzt hinlaufen. Hier gibt's jetzt neue Herzen für mich. Die sind vorhin liegen geblieben. Ow. Tschüss. Ah, keine Herzen, schade. Aber wir kriegen unser A schnell wieder aufgeladen. Alles easy. Ich sollte erst mal... Äh, ich muss mich erst mal um den Markus hier kümmern. Der wird mir sonst noch ins Gesicht springen. Au. Gut, da ist mir erst mal jemand anders ins Gesicht gesprungen. Au. Okay, ist vielleicht nicht so gut, wenn man den Läunis schon praktisch aktiviert hat. Dann da noch versuchen auszuweichen. Ja. Ich glaube, ich nehme gleich ein Heil-Item. Auch wenn ich ohne auskommen wollte. Aber etwas sagt mir, ich sollte das nicht tun. Zack. Ach, komm schon. Wo hänge ich denn? Ah, es ist so eng hier alles. Ah, es war dem Eis gestoppt, der... Typ. Yes. Bomben, zu langsam. Jetzt. Hier ins Gesicht. Sack und tschüss. Das war's. Na gut, ein Heil-Heil-Heil-Heil-Heil-Heil-Heil eingesetzt. Das ist okay. Das ist okay. Da haben wir immer noch genug, bis die sich... Bis die sich wieder auffüllen. Sehr schön. Leider kein EP-Ding zum kombinieren. Baren-Maske. Aha. Gut. Okay, hier endet die Reihe der Elementar-Geschichten erst mal. Dann haben wir jetzt wirklich wieder ganz wenige Nebenmissionen noch. Wir haben noch hier diese Test von Links Stärke. Und das war's dann aber. Dann schätze ich mal, nächstes Mal Test von Links Stärke. Und je nachdem, wie lange die dauert. Danach vielleicht schon der Anfang der nächsten Hauptmission. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Bin mir noch nicht so sicher. Vielleicht zwischendurch auch kurz was anderes noch. Aber ich wüsste nicht, was es gerade noch gibt. Wie man hier sieht, nichts. Aber vielleicht kommt ja nach dieser Mission hier noch was Neues. Kann ja sein. Aber dabei würde ich es erstmal belassen. Ja, soweit haben wir im Moment alles gemacht. Ja, wir haben alles gemacht. Da ist nichts gelb. Nicht mal mehr so eine Ausrüstmission. Nee, alles da. Nice, nice. Sehr nice. Okay. Coole Sache. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Tschüss.